Wir sind hier im Merkür Düsseldorf City Center und was wir hier sehen das ist tatsächlich ein Hotelzimmer aber nicht irgendeins das ist eine Privileg Suite die über zwei Etagen geht der Eingangsbereich mit Sitzecke und Kaffeemaschine links die Toilette das Badezimmer mit Duschen und das Schlafzimmer mit Fernseher Wessel und einem großen Bett rechts geht die Treppe hinauf und hier oben ist noch ein Wohn- und Arbeitsbereich mit Schreibtisch Sofa und Sessel und noch ein Fernseher Alles in allem ein doch sehr überraschend positiver Eindruck den ich von diesem Hotelzimmer bekomme hier im Merkür Düsseldorf City Center nur ca. 300 Meter vom Hauptbahnhof zu Fuß entfernt kann man sich mal gönnen Das war's für heute Zimmer 562 SCHLUH 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 SCHLUH